Man wartet auf den ersten Brummton da und dann, wenn das Ding anspringt, dann ist das wie eine Erlösung, dann klappt einfach, hört man sich, der Sound ist gut und es ist dann schon so wie Weihnachten und Ostern an einem Tag, ja. Wenn er das erste Mal läuft, jeder der irgendwie Benzin im Blut hat, bekommt Gänsehaut dabei. Man sitzt in diesem Auto und man fühlt gleich, wow, hier ist auch unsere Basis drin und man sieht die ganze Performance von dem Auto und fühlt sie sofort. Man sitzt in diesem Auto und man fühlt sich, wenn es nicht so wie Weihnachten ist, Vielen Dank.